Hi, ich bin Anka und sorge mit meinem Team dafür, dass die Reklamationen unserer Kundinnen und Kunden in weniger als zwei Tagen gelöst werden. Was andere Leute denken, was wir den ganzen Tag machen? Wahrscheinlich, dass wir den ganzen Tag am Telefon hängen, mit unserer Kundschaft diskutieren und währenddessen Tischgegner spielen oder unsere Nägel lackieren. Am Telefonieren sind wir tatsächlich sehr viel. Nur für privaten Spaß bleibt da natürlich nicht mehr viel Zeit. Denn mit meinem Team aus acht Mitarbeitenden sind wir täglich für unsere Kundschaft da. Wir finden individuelle Lösungen für jede Beanstandung und dafür bekommen Sie unsere volle Aufmerksamkeit. Leider läuft nicht immer alles wie geplant. Wir sorgen aber dafür, das Problem zeitnah zu lösen und schaffen das meist in weniger als zwei Tagen. Das schönste Gefühl ist es, verärgerte Kundinnen und Kunden durch unsere gute Serviceleistung zu begeistern. Wenn Sie am Ende des Tages zufrieden sind, sind wir es auch. Wir sind das Team Kundenservice und wir sind einfach näher am Kunden.